Nachdem ihr eure Aufgabe erfüllt habt, zieht ihr euch im Schutz der Dunkelheit in den dichten Nebel zurück. Hinter euch hört ihr die Flüche der Männer des Schweins, die das Kloster suchen. Ja, was ist denn da? Hm, okay, wieder das gleiche Land. Wir müssen unsere Bibliothek um jeden Preis verteidigen. Sollte unser Wissen in die schmuddeligen Hände von Herzog Trüff fallen, wäre das Königreich mit Sicherheit verloren. Eine Kunst haben wir jedoch noch, an der wir euch teilhaben lassen können. Das Geheimnis des Pechkochens. Das könnte euch helfen, das Kloster zu verteidigen. Setzt die gesammelten Rohstoffe ein, um das Kloster wieder aufzubauen und zu verteidigen. Eure Armee hat eine deutliche Spur im sumpfigen Grasland hinterlassen. Es wird also nicht lange dauern, bis das Schwein euch findet. Setzt Pikeniere ein, um die Truppen des Schweins aufzuhalten und lasst eure Baumeister Pech kochen. Am wirksamsten ist es, wenn ihr das kochende Pech aus der Höhe auf die Truppen des Feindes gießt. Okay, wieder mal was Neues. Nö, 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 nö. Okay, aber ob ich das wirklich tue, keine Ahnung. Oh. Was gibt's? Das ist jetzt das Kloster hier. Hm. Bewegt euch, Hunde! Wo ist denn hier der Wegweiser? Da ist einer. Ist das der Einzige? Ähm. Ja, okay. Wow, so viele Steine. Dann brauche ich eigentlich nur einen. So. Und dann hier gleich mal. Gut, aber jetzt mal das Wichtigste. Wo soll ich das bauen? Ah, ich mach das hier. So, komm schon. Ja. Dann. Hier, so. Da. Und. Da noch. Okay. Hier haben wir zwei Holzfäller. Und hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Okay. Gut, dann heißt es jetzt mal reparieren hier. Ähm. Ach. Okay. Komm, weißt du was? Hier. Damit die nicht zu lange latschen müssen. Ähm. Ja. Komm, das kann weg hier. Das alles kann weg. Okay. So. Dann das hier hin. So. Tü, tü, tü. Komm, das kann auch weg hier. Das alles hier kann weg. Und das da noch. Gut. Ja, das hier kann auch weg. Ja, wie wir halt diese Ruinen hier bauen können, werde ich auch mal beim Bonus-Part zeigen, beim Karten-Editor. Und das kann man ja auch tun mit einem Trick. Aber das, ähm. Dieser Trick geht wahrscheinlich nur hier in Stronghold 1. Bei den anderen Teilen nicht. Das hat er schon mal ausprobiert. Ach. Was war das mit den Aktionen von mir? Ähm. Was? Ich kann auch das bauen. Ähm. Wieso kann ich das große Tor nicht bauen? Ach, egal. Komm. Egal. Ähm. Da einen Turm hin und hier. Und... Was ist das denn da? Ach, die Waffenkammer. Okay. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, was ist denn? Ach, sie fordern eine Kirche. Was? Ach, komm. Hier. Da. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Da hast du. Das kann auch weg hier. So, und jetzt muss ich... Und los! Mal rekrutieren. Also das hier bauen, so. Komm, das kann auch weg hier. Ist sonst noch was Unnötiges? Nee. Außer da. Komm, scheiß drauf. Jetzt erst mal das hier. Eine Botschaft des Schweins. Schlag die Trommel. Blass das Horn. Das Schwein ist im Anbarsch. Direkt von vorn. Nicht von hinten. Wow, das ist ja mal was Neues. Ähm. Nochmal da ein paar. Hier. So, rauf da. Belagerungsgeräte bemannt. Euer Gnaden. Wie kann ich helfen? Na komm. So, jetzt habe ich kein Gold mehr. Der Herr ist allgegenwärtig. Belagerungsgeräte bemannt. Sire. Vor. Die Truppen des Schweins greifen an. Oh oh. Jetzt geht's los. Komm hier, da noch ein Turm. Waffen geschultert. Im Laufschritt. In der Waffenkammer ist denn da was drin? Ach. Sorry, falls ihr das gehört habt. Ach ja, ich habe hier kein Gold. Verdammt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Und kein Holz. Ach man. Ah, wie viele sind das denn? Hm. Ah, schön. Ja. Ja. was macht der Katapult Ramborg 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 Damit was da ist Komm Das hier zerstören Der macht meinen Turm kaputt Was? Der wagt es Der ist halt auch so bekloppt, oder? Jetzt macht mich meinen Turm kaputt Verpisst euch So, weg damit Komm, soll es da hingehen Hehehe Unser Werkzeug ist bereit Ich habe mich verbrannt Nein Gebt uns eine Aufgabe Wie wäre es mit einem kleinen Happen, euer Gnaden? Hm Was wünscht ihr? Die sind so gut wie tot Wie können wir helfen? Bereits eure Lordschaft Das macht immer glatt Du kannst es runterlassen So ein Pech aber auch Hahaha Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Ich habe die hier die ganze Mauer zerstören Ach alter Mann Zur Stelle Und Marsch Unser Werkzeug ist bereit Na wartet Dieser Gestank Das werdet ihr büßen Die schwarzen Mönche sind bereit Da ist noch alles heil Ok Da könnte diese Ersche mal platt machen Die schwarzen Mönche sind bereit Die Wege des Herren sind unergründlich Da ist noch so ein Arsch Komm Das klingt vielleicht Da hast du was zum Spielen Hier da Der Feind ist bezogen Wer das sagt Und die auch Mann jetzt muss ich diesen ganzen Scheiße wieder aufbauen Weil die alles zerstört haben Weil die alles zerstört haben So ich brauche mal mehr Holz Und dann brauche ich Pech Weil ich so ein Pech habe Komm es ist halt viel zu spät So und dann schnell das hier So Ach man Ähm Ach komm Dann mache ich gerade erst mal das hier Ach komm So Da noch Da und da Ach man die waren ziemlich fleissig Eine Botschaft von eurem Informanten Ach jetzt bin ich auch noch eine Kathedrale Baut sie euch selbst Ich bin beschäftigt Das Volk huldigt euch Seier Nein Minus 1 Religion Ach komm scheiss drauf 500 Gold meine Fresse Blöde Kirche Was ist jetzt hier im Spiel Wie kann ich helfen Gehen wir Brüder Achtung Vorwärts Ja und wieder kein Gold Mann Das Volk liebt euch mein Lord Hm Komm machen wir mal das hier So Das haben wir auch noch nie gemacht Und das hier auch nicht Aha Verlies Streckbank Äh Streckbank Hackblock Entlegene Dörfer Entlegene Dörfer Sahen eine Truppe des Schweins Auf dem Weg in diese Richtung Hm Das Volk liebt euch mein Lord Nein Nicht Nahrung Ja weil diese Ersche immer alles zerstören müssen So Dann hier Bäckerei Der Herr ist allgegenwärtig Und los Und los Ist denn hier ein Markt Natürlich nicht Natürlich kein Markt Die Truppen des Schweins greifen an Nö Es wird wieder eine schwierige Mission Wie können wir helfen Was hier wieder so scheisse läuft Eure Beliebtheit sinkt Ah ich weiss Das Volk hat eine hohe Meinung von euch mein Lord Wieso müssen die ihm alles zerstören Oh Mann Kommt da gerade eine andere Idee Mal schauen Vielleicht überlebe ich das Mal schauen Oder ich könnte es jetzt schon tun Ach komm Ich mache es jetzt schon Hier da so Grundspeicher den platziere ich hier Dann die Wer soll das da beschützen Wer rastet der rastet Genau macht sie tot Du 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 Okay 79 Holz Hier noch ein bisschen Bäckerei Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Dann hier mit Kreide Das mache ich direkt hier Da Da noch einen Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Um das Gebäude zu verwalten Jäger gibt es hier Rind Hasen gibt es hier Und die anderen sind da Okay Mache ich das auch noch Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Um das Gebäude zu verwalten Dann hoffe ich mal dass es jetzt klappt So Oh Oh Hier steht Zurecht Hühnerfutter Feuergnaden Ich habe mich verbrannt Los schnell Genau He hee Viel Spass damit. So. Was soll konstruiert werden, dieser Gestank? Was wünscht ihr? Ach, das ist ein B-Tot. Hm. Nee, oder? Nee. Hört auf mit dem Scheiß. Boah, die haben die Lordin gekillt. Ihr Dreck-Säcke. Und das auch noch? Oh, Mann. Nee, ich muss das anders tun hier. Ich muss das anders tun. Ich hab schon eine Idee. Einen alten Trick. Okay, diese Ersche kommen eigentlich eher so von da. Hm. 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 So. Okay, Nahrung. Mach das was ich mal. Und dann brauche ich Holz. Ganz dringend. Und sehr viel. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, da ein paar. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Dann hier. Weg da, Mann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Pse, eure Hirsche. Gut, da mach ich gerade so einen noch. Da. Und dann einfach damit das Geschütz siehst, mach ich hier noch. So. So. Waffen geschultert. Wirf jetzt schon mal da hoch. Im Laufschritt. Und. Das war ich auch schon mal. So. Wir benötigen Holz. Das scheiß Holz. Bereits, eure Lordschaft. Und. Marsch. Zur Stelle. Vorwärts. Du, 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 du. Na endlich. Was gibt's? So, Reimetall. Bewegung. Na los. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Unser Schatzkammer lehrt sich. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Achtung. Im Laufschritt. Ach komm, das kann auch weg hier. Da gibt's auch mehr Platz. So. Dann kann ich auch das hier bauen. Es werden Rekruten benötigt sein. Ah ja. Die schwarzen Mönche sind bereit. Unser Werkzeug ist bereit. So, können jetzt mal hochkommen mit dem Holz. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja, das ist egal. Ich habe eh was anderes vor nachher. Ich werde den Kornspeicher und so nachher hier unten bauen. Weit weg vom Geschehen. Einfach in der Hoffnung, dass sie nicht da unten hinrennen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ja. Okay. Ja, mal los. Hier so. Schon mal bauen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, ja. Hier da so. Und eine scheiß Kirche wollten die ja noch. Da. So. Wird schnell das hier weg. Unsere Schatzkammer leert sich. So. Das Volk liebt euch, mein Lord. Okay. Pfeile. Eine Botschaft des Schweins. Schlag die Trommel. Blass das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorn. Ha, 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 ha. Wirklich witzig. Gebt uns eine Aufgabe. Ja, komm, hier, da. Wie können wir helfen? Das stinkt vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich eher nichts bringen. Einfach weil ich das noch nicht habe. Wo ist denn der Scheiß? Da. Komm, schnell hoch. Was soll konstruiert werden? Belagerungsgeräte bemannt. Schnell. Hör auf, dich zu verbeugen. Wir haben keine Zeit dafür. Euer Gnaden. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Die Truppen des Schweins greifen an. Scheiße, schnell, 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 schnell. Ja. Könnt ihr euch mal beeilen? Eure Beliebtheit steigt. Schnell ballt euch, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. So, puh. Bin zur Stelle. Ja, das ist wichtiger. Ja, rücken aus. Ei. Bogenschützenbereit. Ja, sieht es hier aus. Nahrung. Da kommt schon was. Alles klar. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Da sind die ja langsamer. Da können die mehr schiessen. Da sind die ja langsamer. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Na ja, einer ist durchgekommen. Ei. Hmm. Okay, als nächstes muss ich dann Leder herstellen ganz dringend Na geht doch, komm und du auch Da hin So Schön brennen Kann man schön töten Na komm Gut Sehr schön Hier gleich ein paar Leder Ihr könnt das nicht dort platzieren My Lord So Wir benötigen Gold Scheiße, stimmt Okay Wir müssen jetzt aus Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin Euer Gnaden Noch hat mehr davon Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Um das Gebäude zu verwalten Ah ja, komm Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Um das Gebäude zu verwalten Mann Hier und da Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord So Machen wir hier mal genug Weg da, Mann So Gut, dann hier Auch noch ein paar mehr Auch jetzt mal für den langen Weg Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire Ah ja Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Okay Ah, ich brauche noch einen davon So Das Volk huldigt euch, Sire Hm Na ja So Mal hier den Rest löschen So Euer Gnaden Du kannst mal da hoch Sind auf dem Weg Dann müsste ich das hier mal reparieren Okay Okay Ah, Stein ist schon da Sehr schön So Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire Doppelte Rationen Großartig Großartig So Keine Veränderung In der Schatzkammer, mein Lord Gemeine Steuer Und auch jetzt erst mal Gold Nehmen wir das so ein Brauche ich noch Noch einen mehr Okay Ähm Ach komm Erstmal Leder Ist wichtiger Wir benötigen Gold Ja, komm Komm schon Ich weiß, dass ihr Gold habt Oder warte Euer Gnaden Ihr habt nicht genug Gold Um diese Einheit auszubilden Was soll konstruiert werden? Ach, ich brauch nur zwei Hier oder da Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte Was benennen? Patata Na, wo lasst denn der hin? Entlegene Dörfer Sagen eine Truppe des Schweins Auf dem Weg in diese Richtung Auf dem Weg Und los Und Marsch Ah, wo sind die? Da Gebt uns eine Aufgabe Belagerungsgeräte Bemannt Na, geht doch Gut, aber jetzt erst mal das hier reparieren Schnell So Und da den Turm sichern So Wir benötigen mehr Steine Bin zur Stelle Mein Bogen ist euer In Bewegung Dann mal schnell rauf Jetzt hier Die Gruppen des Schweins greifen an In diesem Gebäude Gibt es keine Arbeitszeile Ah ja Ah ja Na, wo sind die? Bogenschützen Sind die noch unterwegs? Ähm Sind die schon da? Ach, da sind die Okay So Gut Ähm Leder brauch ich dringend Das Name sieht sehr aus Nahrung Unsere Lebensmittelvorräte wachsen Alles Paletti Ähm Ich glaube der braucht noch was Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden Um das Gebäude zu verwalten So Dann hat hier nochmal einen Ja das sieht doch gut aus hier Die sind schon fast alle tot Hehe Schön So Der muss halt leider weg Damit ich da noch einen anbringen kann Ihr könnt auf uns zählen Nehmt euren Wunsch Ei So Ambus ist mir lieber Ambus ist mir lieber Wir benötigen mehr Gold Es werden Waffen benötigt, Seier Bin zur Stelle Mein Herr So Rücken aus Hm Okay Unser Schatzkammer leert sich Ja ja Das Volk huldigt euch, Seier Ah Es sind schon Ja mein Freund Hat er diese Ärsche Gibt mir meinen Stock Diese miesen Säcke Genau Ballert die ab Die macht schneller Wie kann ich helfen Ah da sind die langsam Ich brauche hier unten noch einen Okay ich brauche hier unten noch einen Diese Bastarde da kommen Mann Ich brauche Leder Jetzt mach doch mal In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Seier Nein oder? Oh Alter jetzt hat doch alle voll bekloppt oder was? Jetzt bin ich sauer! Tötet diese Drecksäcke, ist nun zu dämlich rum! Tötet sie 10x, 20x, 100x! Die haben den feindlichen Angriff überlebt. Eine Botschaft des Schweines. Hat die Fresse, Schwein. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Ja, du sagst es. Du hast mich gerade richtig sauer gemacht. Ihre Beliebtheit sinkt. Hat die Fresse da. Das Schwein ist jetzt tot. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Was du nicht sagst. Nicht mehr lange. Weg da. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Warum habe ich so wenig Steine? Das geht gar nicht. Eine Botschaft von eurem Informantik. Jetzt kommt der Scheiß auch noch. Da müssen sie warten. Wir benötigen mehr Steine. Oh, Mann. Ihr habt nicht genügend Gold. Sonst noch was, was ich nicht genug habe? Genug Nerven. Ach komm, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr habt das wieder gehört. Das ist noch immer so plötzlich. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnade. Das Volk ist sich euer Nichtsicher, Sire. Normale Rationen. Genau. Das Volk ist sich euer Nichtsicher, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk ist sich euer Nichtsicher, Sire. Ähm. Kathedrale. Zu teuer. Das müsst ihr auch abschminken. Keine Veränderung in der Schatzkamm, mein Lord. Jetzt kommt ihr in die Scheißburg. Ihr seid zu gütig, mein Lord. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Mann, Mann, Mann. Es kommen Leute zur Ruhung. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Na, jetzt erst mal warten, bis hier alles wieder besetzt ist. Die Hälfte der Zeit ist rum, alles klar. Komm. So. Der Marsch wird uns gut tun. Du sagst es. Nein, sind sie nicht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Gut, dann brauchen wir hier wieder ein paar. So. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Achtung. Es werden Rekruten benötigt, Alter. Waffen sind geschultert. Rücke aus. Achtung. Bereits, eure Lordschaft. So, ein paar sollen da hingehen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Okay. So, es sollte reichen, hoffentlich. So, es sollte reichen, hoffentlich. Gut, dann warte ich erstmal auf 500 Gold und kann bauen die scheiss Kathedrale, damit die glücklicher sind. Das Volk liebt euch, mein Lord. Hm. Wir verlieren ein bisschen Gold, das Volk liebt euch, mein Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ja, mal kurz warten, bis das auf 100 ist. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Na, es ist nicht gut. Für jeden. Achtung. Achtung. Ach ja. Im Laufschritt. Jetzt müssen wir das wieder bauen hier. So, und da unten abreissen. Kommt da noch einer? Ne. So. So. Achtung. Und los. Und marsch. Wo sind die anderen? Da. Sire. Ja. Ja. Hoch mit euch. Vorwärts. Ei. Die Truppen des Schweins greifen an. Hm. Wieder die gleiche Menge. 15 Bewohner. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ernsthaft? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnab. Ach komm, warte. Könnt ihr mal schneller sein? Los, behalt euch. So. Dann hier. Die Nahrung. Auch endlich hat ja mal die Fresse. so hoffentlich reicht das unsere lebensmittel vorräte schwinden dahin euer gnaden gold fließt in die schatzkammer seier das volk huldigt euch sei ihr habt ja das habt ihr doch so gedacht ihr blöden säcke aber nicht mit mir achtung waffen geschultert es werden waffen eure lordschaft bereits eure lordschaft im laufschritt braucht man neue rüstung ja die sind schon alle tot außer die zu diensten versuch das neue säcke der feind ist mit ha ha achtung zur stelle das war schon viel besser als in dem ersten mal naja ach da habe ich ja schon einen kaum holz kann ich mal verkaufen so mache ich hier mal noch einen in diesem gebäude ist keine arbeit sei ja ok na streitgruppen brauche ich nicht oder mache ich dann noch so einen da und so einen in diesem gebäude ist keine arbeit sei ja da kommt gleich mal noch einen damit das ja auch mal läuft achtung und los im laufschritt so na wo ist da noch keine ahnung achtung waffen geschultert vorwärts du 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 so und nahrung unsere lebensmittel vorräte wachsen sehr schön unsere schatzkammer lehrt sich das volk huldigt euch sei die tough die 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 ihr könnt das nicht dort platzieren mein móws gerade getan bei 4 f 아침 kann ich nicht verkaufen dummerweise zuerstelle und Und... Marsch! Ja. Ja, schön, wie das hier vorliest. Das gefällt mir. Unsere Lieben, eine Botschaft von Sir Longarm. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Ah, sehr schön. Es werden Rekruten benötigt, Saja. So langsam werden wir immer siegreicher. Doppelsieg. Ähm... Es werden Rekruten benötigt, Saja. Und los! Ja, gleich kommt die letzte Puppe. Vorwärts! Von mir aus könnte es noch jetzt schon kommen. Dann haben wir es hinter uns. Im Laufschnitt! Es dauert noch. Ei! Aaaaattung! Waffen geschultert! Und... Marsch! Bling, bling, bling! Ei! Pling, pling. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. Hm. Ei. So. Du, du, du. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Wow, dass ich das mal höre. Das hätte ich nie gedacht. Und vor allem mit doppelten Rationen. Na, kriegt auch den da voll. Das wäre gerade ein Erfolg wert. Hm. Ja. Hm. Na ja. Mal schauen. Ei. So, jetzt schaue ich wieder dran. Ich brauche mal mehr davon. Pfeile. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. Kein Bauer befindet sich auf dem Weg. So. Gut. Ei. Bikenieren brauche ich auch mehr. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeile. So. Ei. Gut. Unsere Armee wächst hier. Obwohl es eigentlich mehr oder weniger ein bisschen unnötig ist. Aber. Besser zu viel als zu wenig. Nein. Bis jetzt hier aus. Boah. Sie haben es geschafft. Cool. Und der wird nicht abgeholt hier. Aber na ja. Okay. Keine Steine. Hm. So. Mehl kann ich auch nicht verkaufen. So. Wie sieht das? Der Wald. Der hat noch genug Bäume. Na. Was ist denn? Harald Flachmann. Demelie Bucher. Man sagt, sie haben ihren letzten Mann getötet. Oh. Ja. So eine Frau soll man definitiv heiraten. Da bin ich dafür. Ja. Ein bisschen noch. Ei. Achtung. Und los. Vorwärts. Achtung. So. Sire. Im Laufschritt. Ei. Bling. 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 Achtung. Waffen geschultert. So. Ei. Hab ich Laminchen hier schon? In Ordnung. Okay. Also von ihr sieht das eher viel mehr aus. Naja. Achtung. Bereits eure Lordschaft. Und. Kann der jetzt mal kommen bitte? Hm. Achtung. Zur Stelle. Vorwärts. Eine Botschaft des Schreins. Ach neidlich. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Na ja komm. Der immer mit seinen Sprüchen. Aber komm mal nicht bis hier hin. Also wenn er hier oder da durchlatscht. Aber dann. Kommt er eh nicht weiter als hier. Ei. Aber ich hoffe mal dass das jetzt mal eine richtige Armee ist. Eine riesige. Das wäre mir viel lieber. Hm. Ach komm. Machen wir das mal. Ich brauche noch einen hier damit es schneller geht. Achtung. Die Truppen des Schweins greifen an. Was soll konstruiert werden? Ja zuerst freue ich mich aber jetzt. Mach egal. Ja der kann noch dahin. Komm. Komm. Gut. So. Achtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Waffen geschultert. Ah wie viele sind das denn? Aha. Okay. Ach Armböse jetzt auch noch. Was ist denn das jetzt alles? Gleiche Gruppe nur. Und neu dazugekommen sind die Armböse. Bitte. Achtung. Du 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 du. Ja man schint ja. Bleiben ja auch noch hier so dämlich rumstehen. Es werden Rekruten benötigt sein. Mann Mann Mann. Sind auch alle bekloppt hier. Ei. Na ja lehnen wir uns mal zurück und schauen zu. Ja und die versuchen es das schon wieder. Ei. Aber daraus wird nichts. Ich habe es dir vorgesagt. Wir können doch gleich hier umtreten und nach Hause gehen. Wir müssen es gar nicht erst versuchen. Ei. Achtung. Du 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 du. Ja sie werden schon beschossen. Achtung. Die Burg hat stand gehalten. Ja wie sieht es hier aus? Eine Botschaft des Schweins. Ich mache Hackfleisch aus euch. Hackfleisch. Ja ja. Hurra. Wir sind siegreich, Sire. Ha. Ich habe ein Tada. Passt hier hin zum Perché.